So, schönen guten Abend, ja quasi schon vor Abend. Schön, dass ihr noch da seid. Der Vorteil, wenn man so ein bisschen später dran ist, ist, dass man am Ende der Session so ein bisschen, ja so ein Recap der Konferenz machen kann und das ist im Prinzip ein bisschen das, was ich versuche in dem Talk auch zu machen. Ich mache zwei Dinge. Debugging AI. Das eine ist, ich debugge erstmal euch. Eure Vorstellung davon, was Künstliche Intelligenz ist, was ihr damit anfangen könnt, warum dieser Hype entsteht und danach komme ich zu dem Teil, so jetzt habe ich ein AI-Projekt und ich bin auch überzeugt davon, dass es Sinn macht, das zu tun, AI zu nutzen. Wie gehe ich jetzt damit um? Wir sind hier und beschäftigen uns mit einem der ältesten Probleme, die wir in der Informatik so haben. Der Term Künstliches Neuronales Netz. Der ist von 1943. Ich bin nicht ganz so alt. Ich habe in dem Bereich promoviert in den 90ern und ich habe ein bisschen was gesehen und ein bisschen was mitbekommen. Ich habe ganz viel so im medizinischen Bereich gemacht, medizinische Experten-Systeme, Diagnose-Systeme, Maschinenbau, juristische Beratung, solche Geschichten. Schön zu sehen, dass gerade der Kollege von Performance Advertising da war. Da habe ich das Ganze mit diesem Spark-Cluster aufgebaut. So schließt sich der Kreis. Ich wollte mir aber gerade angucken, was treibt denn diesen momentanen Hype? Warum stand heute Morgen hier jemand von Amazon, erzählt uns, was Alexa die nächste geile Sau ist. Hier haben, ich weiß nicht, wer alles da war, was gesehen hat, schätzungsweise zwei Drittel die Hände gehoben, dass sie eine Alexa zu Hause haben oder benutzen. Und auf dieser Konferenz war es jetzt nicht. Bisher habe ich es ganz häufig gesehen, ganz häufig fällt der Begriff, das ist Magie, was da passiert. Und was ich so ein bisschen versuche zu sagen, nee, Bullshit, da ist nichts magisch dran. Das ist stumpfe Mathematik. Und einer der Faktoren, die das treiben, das wisst ihr alle, da erzähle ich euch nichts Neues, ist diese Compute Power. Warum erzähle ich euch das trotzdem? Ich habe Projekte gesehen, in denen sind Leute hergegangen und haben gesagt, ich stelle mir jetzt einen großen Cluster in den Keller, weil ich mache ja AI. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Compute Power, die es wirklich bringt, und deswegen hat Amazon so einen Erfolg damit. Diese Compute Power, um die es wirklich geht, die kann ich mir für das Training der Modelle kaufen, minutenweise. Und wenn ich mit dem Trainieren fertig bin, dann brauche ich das Ding nicht mehr. Also außer ich mache das natürlich immer wieder und immer wieder, dann ist das ein anderes Thema. Aber wenn ihr ein Projekt kommt, wo es heißt, wir haben einen riesen Cluster, macht da mal ein Machine Learning drauf, dann denkt ihr euch, ein in die Hand nehmen. Dann hat jemand nicht verstanden, worum es geht. Das zweite ist, more data. Klar, hören wir ständig, ja, Daten sind das neue Öl, datengetriebene Gesellschaft, datengetriebene Geschäfte, etc. Ich war das heute Morgen in diesem Alexa-Talk total bezeichnet, als er hinterher meinte, no privacy questions. Denn die Daten, das seid ihr. Die Daten, das sind wir alle. Die Daten, das sind unsere Customer. Denn das ist das, was tatsächlich passiert. Wir können heute viel mehr messen, wir haben viel mehr Speicher, um irgendwelche Sachen zu machen. Amazon kann hergehen, kann sämtliche Fernsehprogramme gleichzeitig aufzeichnen, deren Ton raus extrahieren, die Deskription daraus nehmen und auf diesen Daten lernen. So können sie diese Newscaster-Stimme produzieren, die er heute Morgen gezeigt hat. Das sind Daten. Aber eben auch wir alle, die wir mit Alexa interagieren, sagen, du dummes Ding, ich möchte bitte, dass du das und das tust, warum verstehst du mich denn nicht? Das, was heute Morgen so schön meinte mit User-Feedback, das ist das, wo dann bei Amazon Leute da sitzen oder bei irgendwelchen Drittfirmen und sagen, transkibriere mal, was der Nutzer wirklich gesagt hat, als das Mikro offen war, damit ich das wieder in mein Machine Learning reinfüttern kann. Das heißt, Daten sind das neue Öl. Was ich daraus kriege, das macht Amazon super super froh mit dem Ding, ist eine Business Opportunity. Was ist die Business Opportunity, die ich daraus kriege? Ob es jetzt bei Uber selbstfahrende Autos sind, weil es sich schlicht und nicht lohnen wird, jemals ein Taxi-Modell für Uber irgendwie anders zu machen, solange ich noch selber fahre. Also solange ich Fahrer habe, die fahren. Die müssen bezahlt werden. Das Modell funktioniert nur, wenn die irgendwann dahin kommen, dass ich sage, ich schicke autonome Autos durch die Gegend, die euch hin und her fahren. Dann speichere ich mir einen Haufen Personalkosten. Bzw. Leute, die ich dafür bezahle, das zu tun. Bei Amazon ist das ganz klar. Die wollen einen neuen Zugang in den Markt. Die wollen einen neuen... Das, was Apple vorgemacht hat mit dem App Store, das wollen sie mit den Skills. Alle, die nicht für Amazon arbeiten hier, eure Jobs sind damit in Gefahr, weil die Brands, für die ihr arbeitet, die verschwinden in diesem Conversional UI, nämlich. Diese sprachbesteuerte Dinge. Das heißt, die wollen stärker mit dem Vehicle AI Leute in diese Business-Plattformen reinziehen. Mehr Daten generieren, weil mehr Daten heißt, dass ich besser trainieren kann, dass ich besser werde, dass ich sozusagen noch einen größeren Marktanteil kriegen kann. Muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Oder man muss es eben selber machen. Wenn ihr so ein Projekt seht, wo ihr sagt, tschakar, ich kann daraus echt ein Business generieren, dann ist das super. Ich habe es nicht auf die Folie geschrieben, weil ich die Folie recycelt habe. Ich habe vor einer Woche darauf gestolpert, es gibt ein Wissenschaftliches-Paper von Booking.com, wo sie sagen, was machen wir denn mit den Daten, was machen wir mit Machine Learning? Und wir halten das gegen den Business-Value. Und die haben festgestellt, dass bei Projekten, bei denen sie AI eingesetzt haben, der Business-Value signifikant höher ist als bei anderen Entwicklungsprojekten. Hat irgendeiner Angst um seinen Job, der nicht in AI ist? Jetzt ist der Zeit, mit aufzupassen. So. Schöner Punkt da war an der Seite. Wir hatten gestern den Joblift-Vortrag, wo die beiden eine super Performance hatten von ihrem Beispiel. Und dann am Ende, wenn wir in der Frage oder in der Zusammenfassung sagen mussten, ja, leider können wir unser Management nicht davon überzeugen oder unseren Manager, dass das ein Benefit ist, dass das uns so viel mehr bringt, dass es das lohnt, das Invest zu machen, nämlich diese 80 Prozent, die wir gerade in dem Vortrag gehört haben, die da am Ende noch kommen, wenn ich mein AI-Modell trainiert habe, das aber irgendwie in Produktion zu bringen. Projekte, wo wir alle hier sitzen, die so zum Spielen sind, wo nicht das Management bei Ende ist, wo keiner verstanden hat, warum das notwendig ist, hast die Finger davon. Hat keinen Sinn. Habe ich 20 Jahre gemacht, kann ich euch sagen. Ist mäßig spaßig. Was diese neuen Business Opportunities geben, ist einfach das, mehr Geld. Das ist jetzt hier eine VC-Studie, die sagt, wie viel VC-Geld wurde in AI-Startups gepustet. Interessanterweise gibt es eine andere Studie, die sagt, vier von zehn AI-Startups benutzen überhaupt nur AI, die anderen schreiben das nur drauf. Das ist die andere Möglichkeit, wie man das macht. Und eine Sache, die ich gerade in Deutschland immer sehr, sehr gerne sehe. Für viele AI-Projekte, die ich hier sehe, momentan ist das da der Ausschlaggebende Grund. Die Angst, etwas von dem, was ich gerade gesagt habe, zu verpassen. Die Angst, diese Business Opportunity nicht mitzubekommen. Die Angst, von anderen abgehängt zu werden. Nicht die Daten zu sammeln, nicht das zu haben. Schönstes Beispiel, was ich aus meiner letzten Vergangenheit gehört habe, ist Daimler mit dem Leuchtturmprojekt, was sie zusammen mit der IBM gemacht haben. Da haben sie gesagt, das ist unser Einstieg in AI. Haben sie letztes Jahr vorgestellt. Das war eine App, mit der konnte man seinen Mercedes fotografieren. Und das Ding hat dann gesagt, was man gerade fotografiert hat und was man machen kann. Das ist ein Lenkrad, das ist folgendes Warnlicht, etc. Ich kannte das in meinem Ding noch als Bedienungsanleitung. Hat auch keiner gelesen. Warum diese App, wenn wir AI brauchen, ein Bild zu erkennen, um zu sehen, was ich da fotografiert habe, das erschließt sich mir nicht. Das ist ein typisches Angstprojekt. Angst zu sagen, ich verliere den Anschluss an Leute, die sich mit AI auskennen, Business Opportunities, etc. Erzähle ich deswegen, weil es für euch total relevant ist, zu verstehen, in welcher Art von Projekt bin ich denn. Was will mein Kunde, mein Chef, was will der überhaupt von mir. Nachdem ich das jetzt hoffentlich ein bisschen eingeordnet habe und ihr alle sagen könnt, wir sind auf der Gewinnerseite, wir haben die Daten, wir haben das Business-Modell dahinter, wir wissen, was wir tun. Ganz kurz, die letzte allgemeine Folie. Was machen wir? Strong AI oder Weak AI? Strong AI ist dieses Verständnis, ich verstehe wirklich, ich möchte wirklich das tun, was Menschen tun und möchte über das Reasoning von Menschen was verstehen. Weak AI ist das, was wir normalerweise alle machen. Ich möchte ein bestimmtes technisches Problem lösen. Dafür habe ich eine Menge von Toolsets. Davon ist Machine Learning eines. Machine Learning ist schlicht und greifend eine andere Art zu programmieren. Nämlich Programming by Example. Ich schreibe keinen Code, sondern ich schmeiße da eine Menge von Beispielen hin und versuche das System dazu zu bringen, mir etwas auszuspucken, was ich schlecht von Hand programmieren kann. Andere Dinge, die man sich definitiv auch mal angucken kann, also Knowledge Representation, Planning, Reasoning. Genau. So, jetzt zu dem, was macht denn so ein AI-Projekt aus? Warum nehme ich nicht klassische Programmierung, sondern warum nehme ich Machine Learning dafür? Fällt irgendjemand dabei was auf? Da ist jemand. Richtig. Die Reihenfolge der Wörter hier stimmt nicht. Kannst du mir auch sagen, warum das so ist? Ist nicht schlimm, wenn nicht, ich will dich nicht vorführen. die allermeisten Engländer oder nativ Englisch Sprechenden können das auch nicht. Das ist etwas, das nennen wir implizites Wissen. Wir haben das aufgenommen, wir wissen, wie es funktioniert, wir können es aber nicht externalisieren, wir können es nicht in Code gießen. Fieses Beispiel, weil hier könnte man es tatsächlich, also die Reihenfolge von Adjektiven ist im Englischen tatsächlich fest definiert und ich kann euch das mal vorlesen, erst Quantity or Number, dann Quality or Opinion, dann Size, dann Age, dann Shape, dann Color, dann Probiotective, dann Purpose or Qualifier. Da steckt jetzt wieder viel implizites Wissen drin, nämlich was ist denn jetzt was? Ihr seht schon, das führt so ein bisschen von Hündchen auf Stöckchen und deswegen ist das, ist Sprachverstehen so ein verdammt blödes Problem. Ihr habt heute Morgen diese Kurve gesehen, also diejenigen, die dabei waren, von diesem Alexa-Talk, der sagte, naja, Sprachverstehen, das lief hier, das dümpelte irgendwann so rum, ja, und dann macht das hier so einen Sprung in den frühen 2000ern und seitdem sind wir da richtig gut. Warum ist das so? Ganz einfach, wir haben bis zu diesem Zeitpunkt versucht, den Computer beizubringen, Sprache zu verstehen, Sprache inhaltlich auseinanderzunehmen und zu sagen, guck mal, da ist ein Nomen, da ist ein Verb, da ist ein Objekt, das hängt so zusammen. Das ist aus genau diesem Grund total kompliziert und deswegen gab es da auch keinen wirklichen Fortschritt. An diesem Punkt da hinten kam sozusagen der Paradigmenwechsel. Der hatte weder was mit Compute Power noch mit Data oder sonst was zu tun, sondern das war ein Paradigmenwechsel. Der gesagt hat, ah, lass uns einfach zählen, ja, lass uns auch einfach in diesen Word-Embeddings gucken, in welchem Zusammenhang stehen Wörter häufig, in welcher Sequenz kommen die vor und dann wissen wir ungefähr was über dieses Wort. Funktioniert super, funktioniert erstaunlich gut. Das ist total erschreckend, wie wenig man wissen muss, um so ein E-Problem zu lösen. Muss man aber verstehen, sozusagen, was da passiert, dass wir nicht vorhergehen und versuchen, ein Problem wirklich zu verstehen, sondern wir versuchen, da einfach mit Blutforce drauf zu hauen und sagen, hier, viel Mathematik draufschmeißen und viel Rechenpower, das wird es lösen. Ich habe gerade gesagt, das eine Problem, was wir haben, ist nicht formalisiertes Wissen und auch viel blöder ist, wenn wir Wissen gar nicht haben. So etwas wie das Beispiel gerade eben mit dem, woran liegt das eigentlich, dass Leute hinten was kaufen? Wenn ich das wüsste, wenn ich das auch nur implizit irgendwie inhärent formulieren, oder nicht formulieren, das ist ja genau das Problem, aber wenn ich das wüsste, dann könnte ich zumindest besseres Kampagnenmanagement manuell machen. Weiß ich aber nicht. Hier muss ich Wissen neu generieren, damit das funktioniert. Und das ist genau das, die Stärke sozusagen von der KI, Muster darin zu erkennen in diesen Daten und daraus Rückschlüsse zu ziehen, die ich als Mensch gar nicht sehe, weil es viel zu viele Daten sind. So, noch so eine Eigenschaft von KI-Systemen. Die ist sowohl toll als auch blöd, werden wir gleich sehen. Das ist, sie kann mit Uncertainty umgehen. Wir wechseln plötzlich das Paradigma von Booltzer-Logik, wo ich klar eine 0 und eine 1 habe, oder vielleicht auch noch einen fest definierten Unown-State. Ich sage, das ist jetzt weder 0 noch 1, sondern eben Null oder wie auch immer ich das darstelle, also klassische Booltzer-Logik, zu probabilistischer Logik. Das heißt, es sagt, naja, da könnte so ungefähr rauskommen. Habt ihr alle schon gesehen, brauche ich glaube ich nicht weiter reingehen, was das ist. Ich komme nachher noch ein Beispiel drauf, dann zeige ich euch das. Wo das super, super gut ist, Machine Learning einzusetzen, ist außer den Beispielen oben, bei Dingen, bei denen es total unwirtschaftlich und unsinnig ist, seine Software anzupassen, von Hand, wo ich aber, weil die Daten so sind und weil ich das gut machen kann, den Lernerprozess immer wieder anstoßen kann. Hier würde ich jetzt normalerweise erklären, warum AlphaGo, wie das funktioniert, etc. Will ich jetzt gerade gar nicht, habt ihr im Laufe der Konferenz auch schon reichlich gehört, war wahrscheinlich, da war ich leider nicht drin in dem Pokervortrag, ist egal. Frage nur, warum hat denn Google gesagt, wir spielen Go? Hat irgendeiner eine Idee, warum Google das gemacht haben könnte? Ich würde sagen, um die Welle auch anzuziehen, ist es interessant, wenn man da haben, Sie es nur auch für ganz andere Sachen. Ja, guter Punkt, also ich kann auch nur raten, ich kann auch nur raten, ja, das ist sicher ein guter Punkt, deswegen veröffentliche ich auch viel und die wollen einfach Leute anziehen, die sowas spannend finden, klar, das halte ich auch für wahrscheinlich. Das zweite ist, was tun Sie? Sie lernen Bewertungsfunktionen, mit denen Sie einen Suchbaum optimieren und am Schluss kommt da irgendetwas raus, was hier in dem Fall ein Gewinn oder ein Verlust in einem Go-Spiel ist, 0 und 1, binäres Ergebnis, das kann ich aber auch genauso anders ausdrücken und sagen, kaufen oder nicht kaufen, wir haben es gerade gehört, eine andere Möglichkeit, das zu machen, nämlich Refinement Learning, zu sagen, wenn ich dir vorne diese Anzeige anzeige, steigt da hinten die Wahrscheinlichkeit, dass du X kaufst und wenn ich das besser mache als Facebook, kaufen mehr Leute Anzeigen in dem Google-Ads-Welt als bei Facebook oder bei Amazon. Das ist meiner Meinung nach der Grund. Der zweite, das ist ein Suchproblem, mit Bewertungen und Heuristiken, das zweite, wo das super, super reinspielt, ist Navigation. Die Bewertung, die ich da lerne, kann auch sein, Restfahrzeit bis zum Ziel und dann kann ich halt einfach bessere Wegangaben machen. Klingt für mich total nach Google Maps. Ich glaube, was die verstanden haben, und das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt sagen will, zu dem von vorne, die haben verstanden, wie sie mit so etwas Spielerischem plötzlich Business Opportunities schaffen können und die Übersetzung hinkriegen. Kennen wir alles, Computer Vision, da wollte ich jetzt gerade gar nicht drauf eingehen, das haben wir gestern viel, viel besser gehört, haben wir gerade eben gehört, möchte ich einfach nicht normal erklären. Ich möchte jetzt mal einfach davon ausgehen, ihr habt jetzt ein AI-Projekt fertig. Fertig, ne? Schon so ein Ding. Und möchtet das, oder müsst das debuggen, müsst ihr mir sagen, wie gut ist das jetzt, macht das Fehler, was für eine Art von Fehlern macht das, was tut es. Nochmal, die Properties von gerade eben, die sagen, das ist blöd, von Hand zu podieren. Warum? Weil wir kein Wissen darüber haben. Weil wir mit Unsicherheit umgehen müssen. Da habe ich so Dinge mit Schwierigkeiten, mit Wahrheiten umzugehen. Wenn ich es programmieren könnte, wenn ich es wissen würde, dann könnte ich es programmieren, dann könnte ich auch Tests dafür schreiben. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, was rauskommt, kann ich ganz schön nur Tests dafür schreiben. Ich habe gesagt, ich komme aus dem medizinischen Umfeld. Dinge, die aus so einem Klassifikationssystem, weil nichts anderes ist, ein neuronales Netz, rausfallen. Was ist die korrekte Diagnose? Also wir geben eine Menge von Featuren, im medizinischen Fall nennt man das Symptome. Was kommt hinten für ein Label? Man nennt das Diagnose raus. Oder genauso, was kommt für eine Therapie raus? Mediziner schlagen sich damit seit zweieinhalb tausend Jahren, um hinterher festzustellen, ob das richtig oder falsch war, was sie da gemacht haben. Blöderweise weiß man es oft erst, wenn man den Patienten aufgeschnitten hat. Dann ist er vorher tot. Das habe ich auch woanders. Wir hatten das gerade eben in diesem Customer Journey Beispiel. Wenn der Kunde auf dem Weg abbricht und nicht kauft, dann habe ich immer noch keine Ahnung, warum er das nicht tut. Wenn ich das in einem Customer Support System mache und der Call ist beendet und ich kann das nicht irgendwie nachvollziehen, weil der Nutzer das eingibt, weil er gesagt hat, wie es ist, dann weiß ich nicht, ob der Kunde hinterher zufrieden ist oder nicht. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich sein Problem gelöst habe. Vielleicht liegt er auch nur entnervt auf. Das heißt, ganz oft fehlt mir dieses Wissen. Das Zweite, Debugging-Problem. Das geht jetzt so wieder ein bisschen einen Schritt zurück. Wir trainieren aufs Daten. Wo holgen wir denn die Daten her? Also ich gebe diesen Google Captures immer erst mal her und klicke erst mal das falsche, bevor ich immer das richtige klicke. Einfach, um mir Spaß daraus zu machen, Google die Daten zu versauen. Mach das bitte auch und wird das viel effektiver. Ich habe ein anderes Beispiel, wo es drastischer klar wird, als ja, ich erkenne halt kein Stoppschild. Das ist blöd, aber ich glaube, dass Google mich da schon rausfiltert, aber egal. Wir haben das mit den Wortvektoren jetzt ein paar Mal gesehen, auch mit dieser Rechnung. Wenn ich das versuche, auf den Wikipedia-Artikeln zu machen, so auf ganz Wikipedia, dann kriege ich da raus, dass King minus Man plus Woman gleich Queen ist. Ich kann mit den Rechnern, kann dann so Konzepte da rauskriegen, ist ja super. Wenn ich das aber mit Doctor minus Man mache, plus Woman, was sollte denn da eigentlich rauskommen? Das sollte auch Doktor rauskommen, weil das ist nur die Bezeichnung für eine weibliche, für eine Ärztin. Es kommt aber Nurse raus. Das heißt, was ich tue, ist, weil es in den Daten drinsteckt, wie gesagt, Wikipedia, das ist ja auch Libby, das ist ja kein Bullshit da drin. Das Bias, den ich repliziere, wenn ich das nicht vorher behandle, wenn ich mir nicht klar mache, wo kriege ich die Daten her, welche Qualität haben die, dann ist das einfach Mist. Ich weiß nicht, wer gerade aus dem Talk gerade eben sitzen geblieben ist. Diese Sätze, er wollte Sätze klassifizieren, ob sie Winter sind oder nicht Winter und hatte dann diesen einen mit dem 26. Juni. Das war nicht Winter. Ja, das ist das Mindset von uns hier auf der Nordhalbkugel. Ich glaube, Australier sehen das völlig anders. Microsoft hat das auf die bittere Art lernen müssen. Jetzt muss ich aber, so meine Generation, ich hau gerne auf Microsoft ein, wollte ich gerade gar nicht tun. Ja, die haben das aber auf die bittere Art gelernt, aber es sind die einzigen, von denen, also die einzige große Company, von der ich weiß, dass sie eine Ethical AI Group haben, die auch tatsächlich sehr aktiv ist und was zu sagen hat. Ja, aber worauf ich raus will, ist, sie haben diesen Twitter-Bot gebaut und haben den auf die Welt losgelassen und haben gesagt so, wir gucken mal, was der macht. Ja, was ist passiert, was sollte denn passieren? Ich meine, Idioten sind hergegangen, haben das Ding zugetextet mit irgendwie Mist. Was hat er gelernt? Mist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit meinen Kindern, die sind jetzt 9, 9 und 10, ihnen Mist vormache, was machen sie? Sie machen dem Mist nach. Ist doch klar. Dinge, auf die man aufpassen muss, aber oft haben wir die Daten halt nicht in der Hand, von denen wir trainieren. Beziehungsweise man macht sich das nicht so klar, was man da eigentlich hat. Und das ist so ein bisschen, worauf ich raus will. Doch, das müsst ihr. Das hier, sagt eigentlich nur eins, AI ist ein richtig altes Thema. Ja, und das ist so ein bisschen auch da stehen geblieben. Das heißt, was wir in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 30 Jahren über Systemdesign, Wartbahncode, Unit-Test-Schreiben, etc. gelernt haben, das funktioniert im AI-Bereich fast nicht. Wenn meine Daten vorne Mist sind oder ich die falschen Features rausgezogen habe oder ich das falsche Machine-Learning-Modell gewählt habe und das hinten feststelle, dass da das Falsche rauskommt, dann fange ich ganz vorne wieder an und laufe die ganze Kette nochmal durch. Das ist blöd aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das kostet uns Zeit, das kostet uns Geld, das macht die Umwelt kaputt. Ja, wir haben gerade diesen Talk gehört, dass Digitalisierung für 3% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das sind wir, wenn wir da vorne nicht darüber nachdenken, was wir da tun. Es gibt einen schönen Tweet von einem amerikanischen Professor, der sagte, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass die Leute, also seine Studenten, die Zeit investieren, um die Grundlagen da vorne zu lernen und nicht mit irgendwelchen halbtrainierten AWS-Modellen um die Ecke kommen, bis ihr kostenloser AWS-Account verballert ist. Das haben wir gestern viel besser gesehen von Irina in diesem computerischen Vortrag, wo das diese Schildkröte oder dieses 3D-gedruckte Modell einer Schildkröte so verändert wurde, dass dieser Google Image Classifier das immer als Rifle klassifiziert hat. Ich sehe das relativ gnadenlos so, das ist ein Feature. Und zwar neuronale Netze funktionieren so, dass ich sie auf diese Art und Weise austricksen kann. Auch das muss ich wissen. Er hat das gestern, wie gesagt, bei Computer Vision. Silence ist eine Company, die wurde von, ich glaube, es war Cisco, vor ein paar Monaten, ein paar Jahren aufgekauft, zwei Jahren aufgekauft, für ein Heidengeld. Die haben neuronale Netze genommen, um damit Malware zu klassifizieren. Ein super binärer Outcome, super einfach zu trainieren. Ich habe Malware Sample, mit denen ich das trainieren kann. Ich habe gute Sample, mit denen ich das trainieren kann. Da haben wir den Byte-Stream von Software genommen und da durchgejagt. Hinten Malware oder nicht Malware. Jetzt sind Forscher hergegangen, haben genau das gemacht. Die haben eine Schildkröte angemalt. Also, so heißt es, die haben ein Malware Sample genommen, haben sich eine Stelle im Code gesucht, wo ich Bytes injizieren kann, ohne dass sie angesprungen werden, haben da World of Warcraft Code reingesteckt. Das System hat gesagt, kenne ich, das ist gut. Was da vorne dran steht, da bin ich mir nicht so sicher. Also wird es gut sein. Ende vom Lied. Ich glaube, das Geld, was Cisco für die bezahlt hat, hätten sie einfach in die Tonne treten können. Das kannst du auch nicht mehr retten. Das ist einfach unrettbar kaputt. Wie schütze ich mich jetzt davor? Was mache ich mit der Qualitätssicherung? Qualitätssicherung ist bei mir tatsächlich im agilen Sinne. Das fängt schon ganz vorne an. Ich muss überhaupt erst mal verstehen, was sind denn meine Model Requirements? Hätte sich irgendjemand bei Silence, bei dieser Manweber Company, mal darüber Gedanken gemacht, ob das Modell überhaupt, also ob das, die Art Modell überhaupt gut ist für das, was sie tun wollen, wären sie drauf gekommen, ja, wenn wir ein bisschen denken, wäre ich da alleine drauf gekommen. Da hätte ich kein Hacker-Team haben müssen, was mir das macht. Wir haben das, also in dem Projekt, wo ich mit drin war, anders gemacht, anders gehabt, wo wir das auch unterscheiden mussten. Und zwar wollten wir Dokumente klassifizieren. Ding, was euch vielleicht bekannt vorkommt. Also dann ist das eine Rechnung, ist das ein Personalausweis oder ist das eine Mitgliedskarte in der Videothek, sofern es sowas heute noch gibt. Das Problem ist, welches Machine Learning Modell ich benutze, hängt ganz stark davon ab, welche Art von Dokument ich da vorne reinstecke. Weil meinen Personalausweis von der Mitgliedskarte in der Videothek zu unterscheiden, das ist vergleichsweise einfach. Da nehme ich einfach die Farbe zum Beispiel oder das Format oder was auch immer. Da muss ich null verstehen, was da drauf steht. Aber einen Vertrag zu unterscheiden, wo es um Miet-Sachen geht oder um Kaufverträge und zu sagen, das ist ein Mietvertrag, das ist ein Kaufvertrag, da langt es nicht, zu sagen, das eine steht auf dem DIN A4-Blatt, das andere auf dem DIN A5-Blatt, da bist du super mit weg. Sondern da musst du anfangen zu sagen, okay, wir müssen erst mal mit OCR den Text darauf erkennen, dann müssen wir den Text klassifizieren, dann sind sich die Dinge auch noch ziemlich ähnlich, also wo unten. Also, ich wollte nur sagen, das kann man sich vorher einmal im Kopf überlegen, bevor man überhaupt anfängt. Das zweite sollte, glaube ich, mittlerweile klarer sein, Shit in, shit out. Das alte Prinzip heißt aber, was mache ich? Weil ich habe da einen riesen Haufen Daten. Es ist ja nicht so, dass ich da über drei, vier, fünf Datensätze rüber gucke. Nichtsdestotrotz, auch beim riesen Haufen Daten kann ich einfach mal drüber gehen und sagen, zieh mir mal so ein 0,1% Sample raus und schau dir das mal an. Das kann ich dann im Zeilsfall auch in Excel reinschmeißen oder in irgendein anderes Tool, was euch lieber ist. Es gibt auch auf der Kommandozeile Tools, um das zu machen. Oft ist es gar nicht so, so extrem. War das mein Ping oder war das euer Ping? Gut, okay, keine Ahnung. Das andere, was ich auf der Folie stehen habe, ich schicke auch nachher auf Twitter rum, wo ich den Link stehen habe, wo die Folien drauf sind. Das heißt, ihr müsst euch weder den Text merken noch die URLs, die ich unten manchmal stehen habe. Wichtig ist, die Dinger wie Code zu behandeln. Denn das ist es nämlich. Das ist der Ausgangspunkt eurer Programme, die hinten rausfallen. Das heißt, die Daten muss man versionieren und sagen, ich musste mal den Daten tweaken und verdammt, was habe ich eigentlich getan und jetzt muss ich zurückrollen. Das ist ein bisschen unfair, weil das ist natürlich viel, 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 viel mehr Daten, als ich das bei Code habe. Wenn ihr mal versucht, so ein Daten in den Git Repository zu schmeißen, ist das kein Spaß mehr. Aber dafür gibt es erste Ansätze, damit umzugehen. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ich habe vorhin so gesagt, ja, Amazon nimmt euch als Feedback. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nicht geht, Supervised Learning ist da das Schlagwort, ich brauche einen Supervisor. Das heißt, wenn ihr Projekte habt, in denen ihr gelabelte Beispiele braucht und die nicht von euren Kunden kommen, von irgendwelchen Maschinen kommen, die dann hinterher runtergefallen sind, wo ihr sagen könnt, ja, Maschine kaputt, ergo null Label, Maschine heil, ergo eins Label. Dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das labelt. Jetzt kommt wieder diese Unsicherheit und dieses implizite Wissen. Also wir hatten das damals in dem Medizinensystem. Dann nützt es dir ja nichts, wenn du einen Experten hast und der Experte ist sich auch nicht sicher. Dann musst du anfangen, darüber dir Gedanken zu machen, wie man damit umgeht. Genau. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Wird viel zu selten gemacht. Wenn ich die Daten nicht habe, dann kann ich mir die natürlich auch generieren. Ich kann dafür sorgen, dass bestimmte Muster in den Daten drin sind. Und wenn dann meine AI nicht alle Muster findet, dann weiß ich wenigstens, dass sie was nicht kann. Das darf man nicht exzessiv und nicht ausschließlich machen, weil dann habe ich auch nicht die reale Welt getroffen. Aber an der Stelle ist das was, wie man definitiv auch zusätzlich mit Beispiel-Daten umgehen kann. Da fällt so ein bisschen auch das rein, was wir gestern gehört hatten mit Merpac, auch die Adversarial-Beispiele mit rein, dann wird das besser. Wie gesagt, wir sind bisher eigentlich gewöhnt als Industrie mit Unit-Tests und Test ist grün und so ein Test ist rot. Das ist bei einem AI-Modell, ich habe es gesagt, nicht so. Probabilistic Logic, das geht gar nicht, weil wenn es anders wäre, dann würde ich kein AI-Modell machen. Dann würde ich das anders abbilden. Also muss ich auch mein Testen und mein Debuggen darauf einstellen, dass das so ist. Interessant ist das vor allem dann, wenn ich das nicht einmal mache, ich trainiere ein Modell und dann deploye ich es, sondern wenn das so ein zyklischer Prozess ist, wenn ich dann wirklich ausnutze und sage, hey, ich kann wirklich davon profitieren, dass sich mein System adaptiert an eine gewisse Menge Änderungen. Beispiel, wo ich gar nicht weiß, ob das so ist, aber ein Beispiel, was sehr plakativ ist, die Google Suggest Box, oben diese Zeile, wenn ich dann Vorschläge runterfalle oder das gibt es ja auch mittlerweile fast überall. Nur dort habe ich ja Dinge, die sich verändern. Das heißt, heute geben Leute was anderes ein als morgen. Morgen geben Leute Trump Successful Impeachment ein, beispielsweise. Das war gestern noch nicht der Fall. Also muss ich dieses System anpassen. Das ist etwas, wo Machine Learning Systeme gut sind. Wie gehe ich aber mit Testen von sich anpassender Software um? Vielleicht sind es nicht, wenn ich am Anfang einmal teste und sage, naja, wann haben die das eingeführt? 2011 hat das funktioniert. Jetzt macht es halt dann im Zweifelsfall Mist. Da gibt es Ansätze für, zu sagen, ich akzeptiere eine gewisse Menge von Verschlechterungen in der Hoffnung, dass es danach wieder besser wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, wo man so Quality Gates setzt. in so einem Kram. So, das ist, das sind jetzt ein paar spezielle Dinge, die darauf abziehen, die sind nicht so ganz allgemein, wie ich das bisher für Machine Learning gesagt habe, sondern die ein bisschen davon abhängen, was für eine Art von Problem ich da habe. Und der eine Effekt, den ich hier drauf habe zum Debuggen ist, ganz oft weiß ich Dinge nicht explizit. Deswegen mache ich ja Machine Learning. Aber so Teilbereiche weiß ich. Für Teilbereiche davon habe ich Statistiken. Wenn ich jetzt in diesem medizinischen Umfeld bleibe zum Beispiel, dann weiß ich, dass mit zunehmendem Alter das Risiko für einen Herzinfarkt steigt. Wenn mein Machine Learning Modell, wenn ich die Daten sozusagen gleichlasse und nur das Alter hochziehe, wenn mein Machine Learning Modell dann nicht das gleiche Verhalten zeigt, dann ist was falsch. Das ist damit gemeint hier, dass ich meine Input Variablen so verändere, dass ich weiß, was rauskommen muss. Dann heißt das noch lange nicht, dass ich das für alles machen kann und wieder händisch programmieren könnte, aber das hilft mir, um zu testen, ob sich mein Modell korrekt verhält. Und ganz häufig weiß ich das. Also wir hatten gerade die Frage so, den Punkt mit dem in dem Vortrag gerade eben, Swarovski, hier, je länger der Kunde da in dem Shop bleibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er kauft. Okay, dafür brauche ich jetzt nicht wirklich ein Machine Learning Modell. So ist es. Und das ist im Prinzip klar, wenn mein Modell das nicht ausspuckt, wenn ich meine Beispiele so trimme, meine Testdaten, dann bin ich da irgendwie wahrscheinlich falsch. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Seite stehen hatte oder woanders, ist jetzt egal. Eine schöne Geschichte noch, ich muss auf der richtigen, ja, deswegen komme ich gerade auf der richtigen Ebene messen. Ganz viele Leute gehen her und sagen, ich gucke mir den Outcome an. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, oder der hatte in seiner Diplomarbeit die Aufgabe, so ein Sockerspiel, so diese Agenten über die Feldjagen und die spielen Fußball und sollte die trainieren mit dem Reinforcement Learning, was wir vorhin, was ich vorhin ganz, ganz kurz angerissen hatte. Und er hatte an irgendeinem Punkt hatte er eine Mannschaft, die hat grundsätzlich zu Null gespielt, die hat alles gewonnen, was da war. Und wenn man jetzt sagen könnte, super, ist eigentlich genau das, was ich wollte. Nehme ich, bin ich fertig, alles super. Wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass wir ein Tool hatten, womit man sozusagen die Bewegung auf dem Feld visualisieren konnte, was dann dazu führte, dass man gesehen hat, dass er schlicht und greifend einen Fehler in der Modellierung gemacht hat und das Tor, das war auch ein Agent, so modelliert hat, dass er vergessen hat, zu sagen, ja, dieses Tor darf sich auch nicht bewegen. Das war so ein Fleck in der Oberfläche. Das heißt, das Tor hat gelernt, wenn der Ball kommt, gehe ich zur Seite. Das sieht man natürlich nicht, wenn man nicht an der Stelle reinguckt. Und wer baut sich denn außer an der Uni ein Visualisierungstool, um solche Sachen zu visualisieren? Also, immer so ein bisschen auch gucken, kann der Outcome, der da rauskommt, gut sein? Wir hatten gerade in dem Beispiel mit der Click Journey, wir hatten eine Genauigkeit von 99,9% auf den ersten Wurf. Nein, das kann nicht sein, das wird nicht stimmen. Und dann muss man reingucken, wo man den Fehler gemacht hat. Jetzt kommt was? Das sollte eigentlich vollständig klar sein. diese Dinger machen Fehler. Machine Learning macht Fehler, weil es so designt ist. Was machen wir, wenn wir Fehler machen? Wir bauen ein Safety Net dafür. Das ist offensichtlich nicht jedem klar. Uber hat in Texas auf dem, was war es? Ein Volvo, glaube ich, das den Notbremsassistenten abgeklemmt, weil sie sagten, ja, unser Auto kann das besser, unser Modell. Die Nachricht habt ihr vermutlich gesehen, darunter, oder die Folge war, dass das Uber-Auto eine Radfahrerin totgefahren hat. Da sterben Menschen, weil man diesen Basic-Grundsatz nicht beherzigt, zu sagen, brauchst du ein Sicherheitsnetz. Ja? Euch ist das vielleicht klar, aber da sitzen hochbezahlte Engineers, die sagen sich, mega, ich fahre ein paar Leute tot. Es muss ja nicht jedes Mal gleich mit Toten enden. Das kann man sehen, wie man möchte. So ein Safety-Net kann im Übrigen auch Explainability sein. Das ist was, was gerade in der europäischen Gesetzgebung relativ stark nach oben gespült wird, zu sagen, so ein AI-System muss erklärbar sein. Das ist nur eine Möglichkeit, wo ich sozusagen sehe, wie das funktioniert. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Zeit sagt, aber zur Not nehmen wir das für die Fragen, wenn ich was übrig haben sollte. Ich habe zwei Folien, die ihr, wenn ihr bisher eingeschlafen seid, jetzt wieder aufwachen. Es gibt zwei Folien, wo das Wichtige draufsteht. Das eine ist, bitte nehmt Machine Learning nur, wenn euch klar ist, dass dieses Ding Fehler machen kann und dass ihr diese Fehler bereit seid, zu akzeptieren. Das ist in ganz vielen Fällen okay. Booking.com, wie gesagt, Business Value produzieren ist deutlich besser als bei anderen Sachen. Warum? Weil es im Zweifelsfall nicht so gravierend ist, dass ich einmal eine falsche Empfehlung gebe für Nimm dieses Hotel, wenn ich dafür hundertmal das Bessere zeige. Wenn ich bei einem autonomen Fahrzeug sage, naja, ist egal, ob ich einmal drüber fahre, wenn ich hundert Leute gerettet habe. Das ist nur so mäßig gut, die Option, finde ich. Das gibt es auch in diversen Varianten, muss ja nicht gleich totgefahren sein, wie gesagt, IBM rollt das gerade aus, die bewerten ihre Mitarbeiter komplett über ein AI-System, die schaffen sozusagen diesen ganzen Peer-Review-Quatsch ab. Bis dahin, das ist ja noch gut an der Geschichte. Jetzt wird es schlecht, weil sie dieses ganze Peer-Review-System ersetzen durch ein von einer AI-Gereview-System. Was ist das für Nonsens? Und das ist eigentlich mein persönlicher Favorit nach 25 Jahren in AI. Nehmt es, um neues Wissen zu generieren. Nehmt es, um zu sagen, das Ding kann mir Muster zeigen, die ich früher nicht kannte. Das kann mir zeigen, welche Vorurteile ich in der Wikipedia habe, das kann mir zeigen, wo welche Krankheiten entstehen. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, die dann auch viel damit zusammenhängen, wie ich das visualisiere, wie ich das darstelle, wie ich verstehe, was mit diesen Daten ist. Nehmt es als Werkzeug, um neues Wissen daraus zu generieren. Danke. Ihr habt sicher. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Ich trage darüber. Ich wäre total schlecht und es könnte jetzt sein, dass ich noch zwei Leute erschlage. ich würde immer dann einsetzen, wenn ich kein Wissen über die Struktur habe. Du hast es an deinem Brown-Fox-Beispiel da gesagt. Später hast du aber empfohlen, dass man mal mehr mit generierten Testdaten arbeiten soll. Wie generiere ich den Testdaten, wenn ich nichts über die Struktur weiß? Es ist zwar ein kleines Konzept in diesen Generative Adversarial Geschichten, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Das Beispiel, wo wir das gemacht haben, ist diese Dokumentenerkennung. Da kann ich tatsächlich hergehen und nein, ich fange anders an. Da war Personalausweiserkennung ein Thema. Das Blöde ist, Personalausweise darfst du nicht fotografieren und speichern. Es gibt ein Personalausweisgesetz in Deutschland. Du bekommst doch nicht mal die Daten. Du darfst sie doch nicht mal haben. Das heißt, du kannst dein ganzes System mit allen möglichen anderen Karten trainieren. Mit echten Daten zu haben. Also mussten wir sie generieren. Wir wissen, wie ein Personalausweis aussieht. Du kannst dann das einmal leer räumen, das Bild mit dem Personalausweis, den Text da drauf kleben und kannst es trotzdem trainieren. Das ist eine Möglichkeit, die so wirklich ganz plain ist und das hat einen ganzen Haufen Probleme, die das so nach sich zieht. Das andere, und das finde ich eigentlich, das ist das viel plakativere und schönere Beispiel, deswegen, das habe ich zwar noch nicht benutzt, Es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, auszunutzen, dass ich mit neuronalen Netzen Sequence-to-Sequence Translation mache. Ich kann eine Sequence in eine andere übersetzen, das kann ich nutzen, um Bilder zu verändern. Ich kann ein Bild, was ich tagsüber aufgenommen habe, zu einem nachts aufgenommenen Bild machen. Es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, ich fahre mit einem Auto tagsüber eine Strecke lang, und dann nehme ich diverse Modelle und transformiere das. Ich tue so, als wäre ich nachts gefahren, ich tue so, als wäre ich im tiefen Winter gefahren, ich tue so, als wäre ich ... Du verstehst das Modell, ich nehme eine Menge von Daten und generiere andere daraus. Das ist nicht so gut wie, ich mache das in echt, aber es ist natürlich besser, als gar nichts zu haben. So in dieser Art geht Generierung von Daten. Kann ich mir jetzt bei Kaufvertrag versus Mietvertrag dein Beispiel nicht so gut vorstellen. War aber genau das gleiche, weil wir da die Möglichkeit hatten, Texte zu gehen, also Text Generierung zu machen auf so einer Template Engine. Das war im Prinzip das, was wir da genutzt haben. Doch geht, ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber man kann das auch für Texte machen. Gerade das Beispiel mit dem Bau mir Witze. Du kannst diese Witze natürlich in das nächste Neuronalnetz wieder reinfieden, um zu sagen, klassifizieren wir, ob das ein Witz ist oder nicht und dann sagst du Ne, die sind alle nicht witzig. Oder so was. Du kannst auch Textgenerierung tatsächlich machen und die Dokumente machen. Okay, danke. Ich sehe leider keine Hände oder irgendwas. Das heißt, wenn, muss man irgendwann anfangen zu sprechen. Oder stelle mich irgendwo hin, wo ich nicht so geblendet hätte. Wenn niemand was sagt, habe ich noch einen kleinen Kommentar. Du hast am Ende gesagt, man soll Wissen, neues Wissen daraus generieren. Ja. Also Google zieht ja gern, habe ich vorhin gesagt, Developer an, indem sie mit Go irgendwie so Spaß machen. Da ist das ja passiert. So 4000 Jahre Forschungsgeschichte an diesem Brettspiel Go wurden tatsächlich ein bisschen erweitert, indem auch die Meister sozusagen erkannt haben, hier kann man auch diesen Zug. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also weiß gar nicht, woran ich gedacht hatte, aber ja, du hast recht, man lernt sozusagen auch darüber. Hallo, danke für die Präsentation bis jetzt und ich werde ein bisschen langsam reden, weil ich mich selbst höre. Beim trainierenden Modell, auch Klassifikationsmodelle beispielsweise, ist es schon spannend, wenn man binäre Klassifikationen hat und versucht, jemandem zu erklären, okay, ich habe eine 78% Trefferquote. Ist das gut oder schlecht? Und wie kann man dann eine Verbesserung definieren und sich sicher zu sein, dass man nicht Overfitting auf ältere Datenmarkt? Der Threshold auf dem einen Label ist ja das eine. Das ist aber, ich neige so ein bisschen dazu zu sagen, diese Werte werden total überschätzt, weil eigentlich, was du daraus haben willst, ist eigentlich nur ein Liegt es über oder liegt es unter einer gewissen Stelle. Mehr kannst du mit diesen Daten in der Regel sowieso nicht anfangen. Du kannst nicht damit weiterrechnen oder sonst was. Also ob da jetzt 76 oder 75 oder 93 rauskommt, ist völlig wurscht. Die Frage ist, liegt es oberhalb der Schwelle, wo du sagst, das ist es oder liegt es darunter? Wo ich eher versuche mal schneller auf diese Folie zu kommen. Wo habe ich das Bild? Da. Was daher eher rauskommt, achso, super, jetzt hat er den Monitor gewechselt, warum auch immer. Ist egal, ich zeige euch das einfach hier. Mir ist zu blöd. Gerade eben hat es ja noch funktioniert. Was ich meine, ist, dass da rechts oben, dass ich sage, da kommt ja nicht ein Label raus, da kommt eine ganze Reihe von Labeln raus. Und diese Zusammenstellung der Label verändert sich ja auch über den, von Modell zu Modell, von dem Datenstrom zum Datenstrom. Ich war auf der Code Talks Commerce in Berlin Anfang des Jahres und da war einer von Google da, der genau das vorgeführt hat und dann sagt er, ha ha guck mal, ich kann das direkt in meine APA rein schmeißen und das online vorgeführt hat. Und das passierte, was immer mit Online Vorführen passiert, er ist genau reingeloppt. Und was hat er getan? Er hat ein Bild von Angela Merkel reingeschmissen. Berlin, bin besonders schlau. Was rauskam, war das Label Reichskanzlerin. Ich weiß nicht, auf welchen Daten die trainieren, aber das ist doch, muss ich mehr dazu sagen? Das darf nicht passieren. Und das sind Dinge, die man sozusagen monitoren muss. Was verändert sich, welche Label kommen dazu, wenn ich neu trainiere, was geht weg? Und dann muss man halt in zweites Fall auch mal jemand davor setzen und sagen, du guckst dir jetzt einfach mal 1% der Labels, die sich verändert haben, an und sagst, ob das richtig ist oder nicht. Solche Dinge. Okay? Ja, die nachfolgende Frage wäre, wie kann ich darauf testen? Modell nach Modell. Okay, wir nehmen an, hier klassifiziert ist 94% als Sky und da sind wir super happy damit. Ist es aber besser oder schlechter, wenn es 92% Sky aber dafür Architektur 94% auf einmal wird? Also wie gesagt, löst dich völlig davon, dass da Zahlen stehen. Relevant ist nur, kriegt das Ding einen grünen Balken und taucht da auf oder nicht, dass da eine Zahl steht. Das hat de facto eigentlich nur Interesse in der Bestimmung, wo lege ich meinen Schwellwert hin. Das im Prinzip rein für die Entwicklung. Das sollte nach außen, braucht das keiner zu sehen, ob das das oder das. Das heißt, wenn du das nach außen gibst, um jemandem zu sagen, teste doch mal, ob ich das Richtige tue, dann musst du ja noch nicht mal gucken, ob da 92% oder 94% steht, dann musst du ja gucken, wenn ich sage, da steht Architecture und Sky und jetzt nicht nur Sky, dass ich dann sage, das ist richtig, dass das mit Architecture gelabelt wird oder es ist falsch. Und dafür gibt es Leute, die auf Captures klicken und sagen, das ist ein Stoppschild, das ist eine Kreuzung, das ist ein Fahrrad. Dafür gibt es dich und mich. Noch irgendwelche Fragen? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Guten Nachhauseweg für alle, die nicht aus Hamburg kommen. Also für die natürlich auch, aber schönes Wochenende. Ciao. Applaus ! Ja, danke. Höre. Vielen Dank.